Ja, es werden sich viele fragen, was machen die beiden hier gerade? Die wollen natürlich möglichst viele Sponsoren zeigen, denn das gehört dazu, oder? Wird man im Rodeln, Jungs, Millionär? Nein, leider nicht. Doch, einer hat mal gesagt, man kann Millionär werden, wenn man vorher Multimillionär war. Das stimmt. Rodeln eignet sich ganz hervorragend, um aus einem Großen ein kleines Vermögen zu machen. So Jungs, die Saison sieht ganz gut aus, oder? Ihr seid guter Dinge und freut euch auf Altenberg. Was sagt ihr zur Saison bisher? Ja, also es ist eine sehr spannende Saison, glaube ich. Wir haben es glücklicherweise wieder geschafft, ganz vorne mitspielen zu dürfen. Und wir freuen uns riesig jetzt hier auf das Rennen in Altenberg, weil die meisten wissen das. Wir fühlen uns hier sehr zu Hause auch. Und der Ralf Mende macht mit seinem Team hier immer in der Regel eine sehr geile Bahn, wo es auch sehr viel Spaß macht zu fahren. Und ich bin sehr gespannt. Letztes Jahr, da war die Kurve 9 nicht ganz so unser Freund. Da hat das nicht ganz so hingehauen. Aber, naja, müssen wir nochmal mit dem Kumpel Hans reden und das vielleicht nochmal ein bisschen dann hinschnitzen. Aber wir probieren das jetzt erstmal. Sascha, wir haben das nachträglich analysiert. Die Kurve 9 sah für alle gleich aus. Warum war sie für euch ein bisschen anders? Naja, es ist so, dass jeder irgendwo versucht, aus dem Schitten das Maximum rauszuholen. Und die Limits liegen da sicherlich bei den unterschiedlichen Paarungen auch an unterschiedlicher Stelle. Und wir waren letztes Jahr, muss man sagen, was die Kurve 9 anbelangt, einfach ein bisschen über den Zenit hinaus. Und deswegen ging das dann wirklich sehr holprig aus der 9 für uns. Auch rechts mit einer Bandentoschierung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist natürlich nicht dazu geeignet, möglichst schnell ins Ziel zu fahren, wenn man auf quasi kurz nach dem Start nochmal bremst. Und das wollen wir jetzt einfach dann anders machen und besser. Und deswegen sind wir auch voller Motivation, wieder auch nach ganz vorne zu greifen. Die Österreicher waren es im letzten Jahr, die dort gut durchgekommen sind. Die alten Schluchtenjodler. Habt ihr die dieses Jahr hier im Griff? Ja, wir werden es erleben. Wir hatten ja nur noch kein Training hier. Und das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Also man will da jetzt nicht irgendwie was Falsches vorwegnehmen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass wir sehr gut drauf sind. Ich bin gespannt, ob sie es auch sind. Sie haben letztes Jahr, sind sie deutlich stärker in die Saison gestartet, muss ich sagen. Wer weiß, was die Weihnachtspause ihnen gut oder schlecht getan hat. Wir werden es erleben. Wir werden es ihnen auf jeden Fall nicht leicht machen. Was gab es Weihnachten zu essen? Am Heiligabend oder wann willst du? Erzähl ruhig alles, was du gegessen hast. Oder ist ja Gewicht wichtig. Ja, man sieht das ja auch hier. Bei mir gab es Heringssalat mit Salzkartoffeln. Und ansonsten eigentlich nicht so üppig. Auch wenn die Waage was anderes sagt. Es liegt vielleicht ein bisschen an der mangelnden Bewegung. Ich meine, mein Sohn, der läuft halt noch nicht so viel. Deswegen begrenzt sich das Spielen auf einen sehr engen Raum. Aber das wird ja jetzt dann auch, wenn wir unterwegs sind, kann ich mich wieder sportlich ein bisschen mehr aktivieren. Was gab es bei euch bei Hause? Ich hatte das Glück, dass meine Mama da doch sehr viele tolle Sachen vorbereitet hat. Wildschweinbraten und ich weiß schon gar nicht mehr was alles. War auf jeden Fall sehr lecker. So viel kann ich sagen. Alles klar. Also wir hoffen, dass das hier gut geht diesmal. Dass vielleicht die deutsche Nationalhymne gesungen wird. Vielleicht wieder, Toni? Na, der... Sascha, ja. Sascha. Ja, also wenn wir ganz oben stehen und die Zuschauer dabei sind und vielleicht auch der Mann hinterm Mikro, dann kann man das ja mal schauen. Man darf das Ganze natürlich nicht inflationär betreiben. Vielleicht kann man das Ganze auch mal wieder bei einem größeren Event machen. Aber erstmal steht natürlich das Ziel, dass wir ganz oben stehen und dann kann man das ja immer noch entscheiden. So, nochmal. Ron, Toni, Sascha. Ist noch früh am Morgen, ne? So, und im nächsten Jahr gibt es zu Weihnachten, wir brauchen einen Rasierapparat. Okay, danke. Alles klar, schönen Dank, Jungs. Danke, ciao.